Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den DJI Phantom Quadrocopter. Heute soll es einmal gehen um das kleine Teil hier, das ist das Flightrack Score. Das Flightrack Score ist ein Flugdatenschreiber für euren NASA M Flight Controller. Das ganze kann relativ einfach in den Phantom und auch in andere NASAM-Copter eingebaut werden und protokolliert dann den gesamten Flug mit. Das alleine wäre noch nicht wirklich spektakulär. Spektakulär ist aber, was Flightracks dahinter gebaut hat, denn die Webseite von Flightracks, dort entsteht gerade ein soziales Netzwerk für Copter-Piloten. Ihr könnt dort eure Flüge hochladen mit anderen Teilen, ihr könnt Auszeichnungen gewinnen, sogenannte Badges und ihr habt immer im Überblick, was und wo und wie viel ihr schon geflogen seid. Und das Ganze, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Schauen wir uns zunächst den Lieferumfang an. Darin enthalten ist hier diese Flightracks Platine mit zwei Anschlüssen. Darüber hinaus gibt es ein vierpoliges Flachbandkabel. Und zu guter Letzt sind noch zwei Aufkleber im Lieferumfang. Wer das Flightracks am Phantom nutzen möchte, der braucht zusätzlich ein solches optional erhältliches Kabel, ebenfalls vierpolig, aber hier mit so zwei Anschlüssen an einem Ende. Inklusive des einfachen Kabels für normale Copter bringt das Flightracks ein Gewicht von 16 Gramm auf die Waage. Wer es hingegen am Phantom nutzen möchte, der muss ein Gewicht von 22 Gramm mit sich rumtragen. Das Flightracks Core ist 6,5 Zentimeter lang, 2,7 Zentimeter breit und 1,1 Zentimeter hoch. Kommen wir nun zur Montage. Diese gestaltet sich relativ einfach. Ich drehe dazu das Flightracks auf den Rücken und klebe hier unten drunter einen meiner berühmten Klettstreifen. Am Copter selbst habe ich dann ebenfalls etwas Klettband befestigt und hier klette ich jetzt einfach das Flightracks Core drauf. Dann gehe ich hin und nehme mir hier aus dem NASA PMU-Modul diesen Stecker, der von der GPS-Antenne kommt und hier in den GPS-Anschluss geht und den stecke ich einfach hier in den einen Anschluss des Flightracks rein. Welchen ihr da nehmt, ist egal. Das Signal wird einfach nur durchgeschleift und abgegriffen. Dann kommt der Stecker zum Einsatz. Der kommt jetzt hier in den anderen, in den anderen Anschluss hier rein und wird dann zurückgeführt in die NASA rein, hier in das PMU, in dem GPS-Anschluss des PMU-Moduls. Ja und damit ist es hier schon fertig angeschlossen. Am DJI Phantom gestaltet sich die Montage etwas schwieriger, denn wir müssen den Copter natürlich auseinander nehmen, um hier an die wichtigen Anschlüsse zu kommen. Wer nicht genau weiß, wie das geht, der schaut sich bitte meinen Film über die Demontage des Phantom an. Ja, als allererstes gehen wir einmal hin und entfernen hier dieses USB-Kabel. Das ist nämlich hier im Weg. Das könnt ihr einfach nach oben rausziehen. Eventuell ist es hier hinten bei euch festgeklebt. Dann müsst ihr das vorsichtig ein bisschen abschneiden. So und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr hier an die Anschlüsse. Es gibt hier ein Kabel, das geht von der GPS-Antenne hier im Deckel hin zum Flight-Controller und das ziehen wir jetzt als erstes einmal raus. Wenn wir das gemacht haben, halten wir es hier direkt einmal fest und das müssen wir jetzt einstecken in diesen Doppelstecker hier, der mit dabei ist. Da gibt es diese lange Steckdose. Dort wird der Anschluss hier, der von der GPS-Antenne kommt, einfach eingesteckt und die andere Seite, die stecken wir jetzt zurück in den NASA M Flight-Controller. Hier an der Rückseite an diesen Anschluss, wo wir eben das Kabel rausgeholt haben. So, wenn das gemacht worden ist, dann könnt ihr wieder hingehen und zu guter Letzt dann hier die USB-Verlängerung wieder einstöpseln. Das nicht vergessen, sonst wird das nächste Firmware-Update etwas schwierig. So, wenn das gemacht ist, dann muss man sich überlegen, wie man jetzt die andere Seite des Kabels aus dem Copter rausführt, denn das Flight-Tracks muss ja draußen angebracht werden, weil wir ansonsten die SD-Karte, die dabei ist, nicht wechseln können. Ich habe mich dazu entschieden, das hier rauszuführen an der Batterieklappe. Ich habe hier an der Seite das zu liegen. Das Kabel, das kommt dann hier raus und das Flight-Tracks, das kann ich dann hier einfach einstöpseln. Ist egal, hier in welchen ihr das einstöpselt. Es könnt ihr also sowohl an den einen als auch an den anderen stecken und dann führe ich das hier an die Seite und klette das hier an diese Position fest und das Flachbandkabel, das führe ich hier an der Seite so raus und kann dann hier den Batteriedeckel schließen. So, nachdem wir nun den Flight-Tracks-Core hier am Copter befestigt haben, muss zu guter Letzt noch eine Micro-SD-Karte hier hinten eingelegt werden. Das machen wir mal gerade. So, jetzt ist sie drin und wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir jetzt losgehen und draußen mal eine Runde damit fliegen. Um das Flight-Tracks so richtig nutzen zu können, müssen wir uns auf der Webseite anmelden. Die Webseite flightracks.com. Dort könnt ihr übrigens auch natürlich das Flight-Tracks direkt kaufen. 49,99 US-Dollar wohlgemerkt. Kostet es. Die Anmeldung ist relativ einfach. Dazu könnt ihr euer Facebook-Account nutzen. Klickt hier drauf Sign in using Facebook. Dann geht der Rest relativ automatisch und dann kommt ihr hier auf ein Profil. Mein Profil ist jetzt hier schon angelegt und ich habe auch schon einige Flüge gemacht. Ich möchte euch aber trotzdem jetzt gleich noch mal zeigen, wie ihr eigene Missionen dann hochladen könnt. Ihr müsst das Flight-Tracks zunächst einmal aktivieren. Müsst also hier, bevor ihr die erste Mission hochladen könnt, müsst ihr einen Aktivierungscode eingeben. Der ist normalerweise bei der Bestellung mit dabei. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann klickt ihr hier einfach auf Upload Mission und wählt dann aus, wo die Mission gespeichert ist. Ich habe jetzt hier mal zwei geflogen. Ich nehme hier diese 0006 und öffne das. Dann wird die Mission hochgeladen auf den Flight-Tracks-Server und wenn das dann fertig ist, dann kriegen wir hier eine Übersicht angezeigt. Da ist sie. Und wir können jetzt hier hingehen und eine kurze Beschreibung eingeben. Dann können wir, wenn wir das möchten, hier einen Link reinsetzen zu YouTube oder Vimeo und können dort also angeben, wo ein Video der Mission ist, die wir hier hochgeladen haben. Wir können dann als nächstes entscheiden, ob wir das lieber privat haben möchten oder ob das allen mitgeteilt werden soll, also die Mission für jeden einsehbar ist. Dann können wir hier unten noch einstellen, zum Beispiel, ob wir das direkt auch auf unserem Facebook-Profil teilen wollen. Ihr könnt mehrere Copter hier anlegen und könnt dann sagen, mit welchem Copter ihr diese Mission geflogen habt. Zu guter Letzt gibt es dann hier noch eine Zusammenfassung. Der Flug dauerte 13 Minuten, er hat etwa eine Strecke von 2,2 Kilometern zurückgelegt. Die maximale Entfernung waren 118 Meter. Hier seht ihr die maximale Geschwindigkeit, 62 kmh. Der höchste Aufstieg 60 Meter und der maximale Höhenunterschied 152 Meter. Und hier seht ihr dann auch, habe ich direkt jetzt ein Badge bekommen, also so eine kleine Auszeichnung wieder erreicht. Und zwar bin ich hier schneller geflogen als 35 Meilen pro Stunde, 56 kmh. Und dafür habe ich jetzt hier diese Auszeichnung bekommen. Ja, zu guter Letzt seht ihr dann hier unten, wo ich geflogen bin. Ich mache mal eine Satellitenansicht, dann sieht man das hier, wo ich hier geflogen bin. Ihr könnt euch das hier im Detail anschauen, wo gestartet wurde, wo gelandet wurde. Und wenn das alles fertig ist, dann drückt ihr einfach auf Publish und die Mission wird dann in euer Profil hier, in eurem Profil sichtbar geschaltet. Andere User von FlyTracks können die dann sehen. Und ihr seht hier, ist die jetzt angekommen, diese Mission. Und jetzt kann zum Beispiel hier das Ganze kommentiert werden. Und man kann hier sich die Mission auch im Detail nochmal angucken, wenn man da drauf klickt. Ihr seht jetzt hier, ich bin die mit diesem Copter geflogen. Dann hier nochmal die Zusammenfassung der Daten. Und hier sehen wir dann auch neben der Karte ein Profil, ein Flugprofil. Hier ist die Temperatur. Die Temperaturwerte werden hier gemessen. Das Grüne ist die Geschwindigkeit. Hier hatte ich so die höchste Geschwindigkeit dann drauf. Und dann das blaue Altitude ist hier die Höhe. Zum Abschluss seht ihr dann hier nochmal das Badge, das ich freigeschaltet habe mit diesem Flug. Und hier können jetzt andere Nutzer das, wenn sie wollen, kommentieren. Ja, es gibt aber noch einige oder noch mehr Möglichkeiten. Eine sehr interessante Funktion ist, dass ihr jede Mission, die ihr hier hochgeladen habt, auch wieder herunterladen könnt. Dafür gibt es hier diesen kleinen Pfeil an der Seite. Wenn man da drauf klickt, dann kann man die Mission, wenn man möchte, löschen. Man kann nachträglich ein Video hinzufügen. Man kann die als Privat widersetzen. Und es gibt hier diesen Punkt Export Mission. Damit können wir die also exportieren. Und hier bietet sich dann an, die entweder als Google Earth KML Datei oder als Komma Separated Value herunterzuladen. Und wenn man das macht, ich lade jetzt hier einfach mal als KML das Ganze runter. Und wenn das dann runtergeladen ist, klicken wir einfach da drauf. Dann startet automatisch Google Earth. Und wir können uns darin jetzt anschauen. Ich muss das mal so ein bisschen jetzt hier zurecht setzen, damit wir das auch genau sehen jetzt in dem Video. Der zoomt jetzt ran. Und hier seht ihr jetzt die Mission, die ich hier geflogen bin. Und ihr seht, das Ganze ist also hier relativ dreidimensional. Einen kleinen Fehler gibt es hier noch. Die Missionen, die scheinen alle so ein bisschen in der Luft zu schweben. Ihr seht das hier. Die sind also nicht irgendwie so ganz am Boden verankert. Aber es gibt hier diese dreidimensionale Flugmöglichkeit. Ihr seht also hier ganz genau, wie ihr da geflogen seid. Und das Ganze ist auch noch zweigeteilt. Das heißt, man kann das Ganze hier diesen 3D Mission Track auch abschalten. Und unten am Boden seht ihr dann nochmal eine zweidimensionale Projektion. Also hier könnt ihr auch nochmal ganz genau sehen, auf dem Boden praktisch, wo ihr lang geflogen seid. Das, wie gesagt, als KML. Zweite Möglichkeit, wie gesagt, auch hier der CSV-Export. Das könnt ihr hier mit jeder Mission machen. Also eine tolle Sache. Aber es gibt noch mehr. Hier seht ihr auf der linken Seite die gesamte Anzahl an Missionen, die ich hier schon geflogen bin. Insgesamt 7,7 Kilometer Strecke. Hier seht ihr alle meine Badges, die ich bis jetzt verdient habe. Dann eine Zusammenfassung der persönlichen Rekorde. Also die Höchstgeschwindigkeit war 64,9 kmh. Die maximale Höhe, die ich hatte, war 277 Meter. Der größte Aufstieg in einem Stück waren 199 Meter. Und die größte Entfernung vom Startpunkt waren 335 Meter. Hier sind meine beiden Copter, die ich hier drin angelegt habe. Und das hier ist dann insgesamt mein Profil. Darüber hinaus gibt es hier noch Funktionen, die ich euch auch noch schnell zeigen möchte. Das ist zum einen der Explore-Bereich. Hier seht ihr dann nicht nur meine Missionen, die ich hochgeladen habe, sondern auch die Missionen von anderen. Also alle Missionen, die hier als Public gekennzeichnet wurden. Und die kann man sich natürlich auch genauso anschauen. Und ich gucke jetzt hier zum Beispiel diesen aus San Jose in den Vereinigten Staaten, wo jemand hier mit seinem Phantom geflogen ist. Und ihr seht hier auch alle seine Daten, die er hier hochgeladen hat. Ich kann das dann hier, wenn ich möchte, auch entsprechend kommentieren. Darüber hinaus gibt es hier jetzt neu die Challenges. Das ist auch eine interessante Sache. Hier kann man zum Beispiel dieses Speed Challenge sich anschauen. Und da seht ihr die Höchstgeschwindigkeiten, die andere mit ihrem Copter erreicht haben. Und hier kann man dann halt durchblättern und prüfen, wo man selber steht. Ihr seht, ich bin im Moment hier auf Platz 13, jetzt mit meinen 64,9 kmh. Und dasselbe gibt es auch als Distance Challenge. Also wie weit man vom Startpunkt entfernt war. Und auch hier bin ich sicherlich irgendwo auf Platz 17. Für 5 Minuten habe ich das hochgeladen. 335 Meter. Das sind diese Challenges. Zu guter Letzt gibt es dann hier noch ein Globo, also eine Globusansicht, eine Weltkarte, wo alle Flüge, die hochgeladen wurden, hier nochmal in der Übersicht sind. Also es gibt eine ganze Menge hier auf flytracks.com zu entdecken. Und das ist insgesamt, wie ich finde, eine sehr, sehr tolle Sache. Man kann hier jede Menge machen. Lohnt sich auf jeden Fall hier mit dabei zu sein. Abschließend noch ein kleines Fazit zum Flytrack Score. Das Flytrack Score kostet keine 50 US-Dollar, ist super leicht und protokolliert ganz easy euren Flug mit in Verbindung mit dem NASAM-Chip. Das Ganze macht unheimlich viel Spaß. Vor allen Dingen, weil man ständig sich mit anderen Piloten weltweit vergleichen kann. Und man ist natürlich auch immer wieder mal auf der Jagd nach einem neuen Batch, den es zu gewinnen gilt. Und das alleine macht schon jede Menge Spaß und ist auch die 50 Dollar auf jeden Fall wert. Kleines Manko hat das Ganze noch. Derzeit ist eine Anmeldung nur mit Facebook-Konto möglich. Und die ein oder andere Funktion, ja, die hat noch so ein bisschen experimentellen Charakter. Man merkt also, dass die Seite noch im Aufbau ist. Aber es wird fleißig daran gearbeitet. Und allein das, was jetzt schon geht, das ist die 50 Dollar auf jeden Fall wert. Ja, das war's mal wieder von mir. Wenn euch der Film gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar hier unten. Eine positive Beurteilung. Empfehlt mich weiter und abonniert mich.